Herzlich Willkommen zurück zu Ghost Hunter's Corp. Einen neuen Update. Wieder einer neuen Map. Och, nice. Alter, guckt euch das an. Nee. Hm. Das sieht ja viel besser aus. Neue Sachen hier gibt es nicht, oder? Och, fuck, Läben. Nehmen wir mal vier mit, oah. So. Gibt es noch eine neue Map? Oh. Zwei neue Maps. Simple oder long? Simple, long. Von dem haben sie aber, glaube ich, nichts geändert, oder? Oh. Na doch. Aufhauf und davon. Das ist so. Äh, warte mal, hier hat sich doch was geändert. Gott, dass mir das nicht aufgefallen ist. Ich hatte da nur ein Ding und hier war so ein Schränkchen, wie so ein Kühlschrank oder irgendeinem komischen Gerätschaft. Ah, Hauptsache, das gibt es noch. So, dann... So, dann... Ich mache mal... ...das Ding. Ja. Scheiße, die Störung wieder. Wie konnte man... Ah, mit R, stimmt. Und jetzt mal wieder reinkommen. Ah! Mit einem direkten Foto, ey, ist... Ach, bin ich ein Profi, ey. Na, sieht man mal. Willkommen im Haupt-Scout-Camp. Oh. Alter, was war das? Hä? Also, das Spiel scheint mich immer noch zu mögen. Jedes Mal, wenn ich vorne gegangen bin, wurde meine Kamera nach hinten geflippt. Hä? Hello. Was mir Frosch in den Hals geraten, oah? Oh, so. Hello. Can you come here? Oh, nee. Kannst du herkommen? Ah, ja. Wir haben die bei Phasmo. Hello. Oh, süß. Ach, Katzen sind schon gute Tierchen. So. Hm? Nee. Ich würde vielleicht jetzt mal mit der Kamera hier rumlaufen. Ich glaube, ich habe noch ein Haus. Nein, geht es hier raus? Na. Ja, doch. Oh, was ist denn? Das ist... Absolut? Okay. Da. Da. Äh. Das Spiel merkt mich immer, das macht aber noch nicht nur wieder diesen Kamera-Flip. Das ist ja ein wahrer Horror. Ehrlich gesagt nicht warum. Eigentlich habe ich dem Spiel nichts angetan. Wer ist überhaupt hier? Geh! Geh weg! Niemand mag dich. Super, das ist ein Kriecher. Ich bin Kriecher! Ich habe jetzt meine Tastenbelegung, weil ich eine andere Maus habe. Ich habe das nicht mehr. Uner Momentum. Wo war das? Was? Drop! Warte mal weiter. Wo war das hier? Alternativ könnte man hier? Naja. So. Ich möchte das auf der Maustaste haben. Muss ich dich mitnehmen? Gib uns ein wunderschönes Zeichen. Was ist von hier gekommen, ne? Oh! Ja, hier ist der Raum. Wir haben vierer Split-Schalle. Boah! Ich sehe gar nichts, ne? Ich stelle die Maria mal hier auf. Es ist in mir leeren, du Lutschert. Wo warst du grad? Ich werde ein Foto von dir machen sollen. Foto. Läbst du vielleicht mal stehen? Die wird ohnmächtig, glaubts mir. Warte mal, wenn die da drinne ist. Liedscht das hier drin nochmal ein wenig? So. Oh! Da bist du halt. Warte. Ja, geh. Geh. Geh, nein! Geh! 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 Äh, du liest und stehst gleichzeitig. Interessant. Jetzt mach ich mich vom Acker. Bye, bye! Die steht und liegt gleichzeitig. Die übertreibt es ja mal maßlos. Oh, Ghost. Da krieg ich gar nichts für. Aber für das verpixelte, ne? Was könnte man noch fotografieren? Die Bubbeln müssen wir ja noch fotografieren. Was hat man hier erreicht? Warte mal, ist das Spiel wieder auf, ne? Probier. Ist das so denglisch oder wat? Ah, doch ist es ja auf englisch wieder. Kann man das während des Spiels ändern oder? Das deutsche hat nämlich besser funktioniert. Ich habe nicht rausgefunden. Ne, das steht jetzt nicht. Ah, jetzt habe ich es kaputt gemacht. Das hände ich. Warte mal. Die will ich mal ausprobieren. Äh, holen. Okay. Doch, sie ist jetzt wieder in deutsch. Die Kamera könnte ich ja nicht da vorne hinlegen, oder? Ich glaube, die lassen wir mal hier liegen. Wir holen uns meinen Strahler. Ja. Nehmen wir aber auch erstmal damit hin. Das kann auch mal mit. Oh, beep nicht gleich so laut. Tut das Note, dass das Moped so laut ist? Oh, hi. Ähm, die ist grau, ne? Mhm. Die ist not good. Ich frage, jetzt funktioniert das Sprachding. Gut. Dann nehmen wir jetzt mal unseren Strahler, den ich ursprünglich holen wollte. Aber wir brauchen auch noch Protection, Defense. Drei Stücke holt. Eines stellen wir mal hier vorne hin. Ich weiß nicht, ob das jetzt eigentlich ein Unterschied steht oder nicht. Das ist hier nicht hingestellt. Das ist echt zum Verzweifeln. Was ist das? Das ist ein Bug? Ich bring dir aber null. Das ist aber eine fortgeschrittene Dunkelheit, oder? Das täusche ich mich jetzt hier. Wir machen jetzt erstmal hier Licht. Was ist das an, ey? Was ist das für ein Durchblick? Was bringen die Dinger eigentlich wenigstens was? Aber hier bleibt nichts stehen. Das ist noch schlimmer. Das ist der Altraum. Ja, perfekt. Gut. Dann strechen nochmal zwei. Schon gar nicht mehr, was man alles sagen muss. euch nicht ich brauche aber lange nicht gespielt ist eingefällt das nette mal kannst du sprechen geist kannst du sprechen can you talk can you talk to me spirit can you talk speak with me guys can see sprechen ich glaube nicht kannst du das buch schreiben warum wird ihr aber immer so böse war und sagt kannst du das buch schreiben was ist falsch mit dir ja geh krieg zu deiner mama ja ja ist in ordnung klon dich stehe und liege krieg zugleich ist in ordnung kannst du ins buch schreiben wenigstens du willst mich aber auch mit den killen maria beschütze mich nein p ist wieder eine nonne eine 9p nonne erst mal die 9p nonne eintragen oh das ist viel schöner gemacht naja es war eine 9p nonne so hallo ich hab doch gar nicht zurück gedrückt ach so stimmt wir müssen noch gekritze geräusche jetzt geräusche gemacht habe ich gar nicht darauf geachtet und wir hatten drei vierer so dann brauchen wir noch mal eine maria definitiv ich bin gerade am überlegen diese taschen mitnehmen das ist echt ein little bit too dark na die anderen sachen haben wir ja vorne ach entschuldigung ey ich stöß gleich hin kann ich hier in die ecke eigentlich noch eine stellen so dann nochmal aus ich muss mal gucken stamp was eigentlich zero ok gold ist hier nicht wir müssen nochmal die bubbeln fotografieren achso ja ok da muss ich nochmal die Taschenampel leider ausmachen für die ist natürlich nicht mehr fähig zu helfen leider so wurde rumgebracht doch Ursprung der Heimsuchung perfekt hatten wir das obwohl ne weiter mit dem brauchen wir das tut mir leid ey ich hab das schon lange nicht mehr gespielt ey ach ach ja das schlagen ist ja ausgepeitscht wo bist du ich glaube die Lampe ist hier nicht so geil ist besser ja wenn dann hast du hier nicht so mit dem nebel Probleme nur noch gucken wegen kritzelarischen das macht die ja auch in den Wänden jetzt hier nicht mehr oh hier ist ein hoher Otze da sind aber tausend gegenstellen dann kann man die alle hier nehmen ich bin bin heute echt umfähig um Gottes willen hier lass mich das suchen ja bis wir hin stuhl hier äh nein der stuhl ist es nicht aber den schmeißen wir mal hier an die Seite wo ist das warte mal warte mal mh ob hier was unsichtbares rumsteht probieren erstmal die Stühle oh ja oh ja oh ja der stuhl ist es der ist es oh gut dass die Dinger nicht kaputt gehen ne nein da ach zieh dich doch nicht guck mal du kommst hier ein neues zuhause du wirst bei uns gut darum gekümmert kommst extra in Lager ich bin wieder zu schwach um einfach einen Stuhl hochzuheben messen sie in Temperatur error das kann ich gerne machen aber sie ist fix unterwegs ich will noch ne Maria haben äh protection wollen ich gleich doch kurz das wegschmeißen kannst du sprechen kannst du sprechen kannst du sprechen können sie sprechen können sie sprechen can you talk spirit can you talk Geist, können sie sprechen? Erscheinung, können sie sprechen? Können sie überhaupt was? Halt mich doch mal Arsch, ey. Schreib in das Buch. No, 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 no. In das Buch schreiben. In das Buch schreiben. Hier in das Buch schreiben. Das ist doch scheiße. Schreib mal ab. Ach, Herrgott im Himmel. Immer wieder das gleiche mit denen. Kann ich das hier wieder gleich mitnehmen? Äh, Thermometer hätt ich gerne. Und das Thermometer steck ich jetzt in den Arsch. Obwohl sie ist null. Zieht er? Nein, das... Nein, warte mal. Ich will mal kurz was gucken. Can see this? Ah, Geist, da war ein Piki. Also zählt das an den Ort und nicht an dem Geist. Das ist negativ. Gegritze haben wir noch nicht. Geräusche hat sie bis jetzt nicht gemacht. Gegritze müssen wir drauf finden. Das ist übrigens ein... Gibt's hier neun? Ne, das ist keine Kategorie. Schatten... Beutergeist wieder... Ah, der ist an sich hat man. Aber... Will ich jetzt kurz mal triggern. Ah, die Chilter ihr Leben. Oder nicht vorhandenes Leben mehr. Kannst du in das Buch schreiben? Geist, kannst du in das Buch schreiben? Ja. Freil mich klar, dass... Irgendwie reizt die das mit den Büchern. Nee, das merke ich mir. So, dann haben wir da. Jetzt müssen wir nur noch exorzieren. Müssen wir mal gucken, wegen dem Gegritzel halt. Schreibt das nicht ins Buch. Da hab ich immer nervige Geister. Rechnung schreiben. Da müssen wir halt einmal mit der Kamera rumgehen. Warte mal. Wir brauchen noch eine Maria. Maria, Maria. So. Schutz Maria haben wir dabei. Gehen wir jetzt? Oder warum ist die so schnell? Oh, die hat ja Maria hier drinnen. Okay, hier ist nichts. Lampel wäre geil, die hier keine Auswirkungen auf die Kamera hat. Oh, Gott. So. Okay. So. 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 ich glaube die ist im jagdmodus in fort vertreibe dich von diesem ort fange ich an dich so zu exorzieren ich schwirr's dir hau ab geh du bist ja unerwünscht wenn er jetzt fange dir einfach mal zu exorzieren wir werden wir langsam ein bisschen aggressiv muss auch ein bisschen aufs muhl kriegen so oh nein bestehen bleiben dann wieder sauer dort wir nehmen mit ach so erstmal das was man hauptsächlich brauchen wir benutzen salzkristall bringen sie den geist nach an tigeraugenstein zünden sie ein räucherstäbchen in dem raum an von dem der heimsuchung ausgeht und warten sie bis sie abgeboren ist der raum enthält viele geisterkuchen ja den wissen wir schon wenn sie heimsuchung eines verfruchteten objektes hat das hat man auch stimmt mal her brauche ich den hin gut dann kristalltegauga solcher stäbchen müssen wir gleich holen da die hier immer so schön in den raum rein rennt ne legen wir das jetzt hier hin nicht rennen sie da rein und wir kommen an uns erstmal um das regelstäbchen weil da müssen wir in dem raum rauchern den sprachviel erstmal in den raum rum räuchern das problem ist die anderen sachen haben wir leider nicht rausgefunden wir räuchern räuchern geister geräuchertes ja sitzen da so rum geh mal durchs zielaube komm her ich räuchern dich aus so sieht's aus du gehst hier nicht mehr in dieses haus ja das hat irgendwie nichts gebracht ne wo bist du kannst du herkommen kannst du herkommen kannst du herkommen und jetzt salz abholen kannst du herkommen komm her das hat keine wirkung das ist salz du musst schreien du musst leiden du bist ein fucking cheater ja misch den boden ey geh dreckiges viechtow oder neben jawoll putz hat's gemacht das ist nicht wieder geil da hat's putz gemacht bring mir noch den salzkristall was hab ich denn da aufgehoben salzkristall würde ich wo kannst du mal herkommen ich möchte wieder ein bisschen salty werden ich möchte wieder ein bisschen salty werden komm 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 salz für dich ich bin auch ganz lieb ich kipp dir das ich will nichts böses damit machen ich will dir nur salz geben das ist richtig teures salz hey komm her das ist das gute markensalz kannst du herkommen can you come here äh ist er da hinten weg ist er hier drinnen wo bist du kannst du herkommen schreib in das buch ne da wird's ja sauer was ist überhaupt das buch hab ich da vorne hingeschmissen so kann man sie eigentlich auch einloggen ne wird's ja zwar böse kannst du in das buch schreiben schreib in das buch schreib in das buch komm schreib schreib in das buch kannst du herkommen hallo so ist abgehauen keine Lust mehr hätte sich getan mit so einem spacken will ich nichts zu tun haben kannst du herkommen in die fresse so sieht's aus so jetzt ist aber die scheiße mit diesem verkackten räucherstäbchen wieder mal jetzt hab ich ne neuer räucherstäbchen hier verbrauchen oh da haben wir gleich zwei äh das mit dem räucherstäbchen ist immer nicht so ich stand ja in dem raum wo diese ganzen scheiß dinger waren vielleicht sollte ich nochmal da hinten drinnen gucken aber es ist ja eigentlich ihr raum kannst du herkommen oh 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 aha aha das war knapp da hat noch einen millimeter gefehlt dann hätt sie mich gekillt so sache ist ist noch nicht weg wir haben folge stäbchen tige auge salzkristall und verfluchte objekt das holy water dann hätte es aber irgendwo gekritzt aber das ist mir jetzt scheißegal wir gucken den rest jetzt so weiß ich nehme mir zeitiges wasser mit und wir könnten rein technisch nur mitnehmen gerade zu schwach das buch zu tragen ist aber wieder unterwegs kannst du hierher kommen kannst du herkommen kannst du herkommen oder kommt so oder es hilft nicht holy moly was hat die denn jetzt gehauen jetzt sind sie nochmal am handen what the fuck ist mit dir falsch jetzt wieder ruhig und das hat nicht geholfen was hat mir doch das buch wir nehmen auch nochmal ich mit das hat nicht geholfen was denn schwarfehler gab es fast ein schwarfehler gab es das hat der auch nichts ausgemacht ja geil ähm okay dann muss es doch noch irgendwas anders sein dann muss es scheint noch holy water sein wie das jetzt nochmal oh das oh das oh doch war das noch gut abfahrt nein es gab richtig punkte punkte könnt ihr mir auch geben wenn euch der part nämlich gefallen hat bewertungen kommentare würden wir uns darüber freuen schaut doch gerne bei den anderen vorbei wir hören uns im nächsten part wieder bis dann und ciao es es Das war's.